Guck mal ganz lustig, BMW sauber möchte uns haben. Wir können ja mal gucken. Bevorben. Ist ja nur Spaß. Abgelehnt, welche Überraschung. BMW sauber, die letztendlich ein Konzerteurs-WM sind, wollen mich nicht haben. Ihr Hunde. So, Amerika. USA, Indy, das nächste Rennen. Sollten wir eigentlich nichts holen. Wir haben keine Speed auf der Garten. Was soll ich euch sagen? Es gibt eine Vollkatastrophe. Einfach. Komm, ich kann ja mal... Ich kann ja nicht zurückgehen, ist auch geil. Egal, scheiß drauf. Indy, 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 Indy. Tolle Strecke, tolle Strecke. Nur leider mit dem Auto nicht so holbar. Let's go. Das Rennen beginnt. Los, los, los. Alter, wie die immer starten. Und auch für Mark Webber. Hier haben die Feierer in die erste Kurve. Mark Webber geht als Führender aus der ersten Kurve. Und hinter ihm ist Ralf Schumacher. Der nächste ist Fernando Alonso. Gut gemacht. Deine konsequente Fahrweise bringt dich im Feld gut nach vorn. Ja, Platz 13 am Start. Oh, komm, 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 komm. Was für ein Nick Hightfeld. Der Zwischenfall erscheint ihm nicht zu sehr... Was ist für ein Nick Hightfeld? Ein paar Katze, aber wind ist keiner weiter. Schööööse. War uns boller wackelig? Zum Glück sind sie nach ohne Schäden mit ihrer Förderverhältnissen. Nicht gut, aber wir fahren aber weiter. und leck mich leck mich am Arsch ja, Alonso ist wieder dran tschüss